Bin das nur ich oder hört sich die Musik so ein bisschen an wie dieser Amangas Trap Remix? Hört mal! So ein bisschen, oder? Naja, wie auch immer. Damit haben wir herzlich willkommen zurück zu der Leitfahre gefahren. Doggy Kong auf dem Game Boy. Und die Farben hier sind, äh, ziemlich wüstig, kann man so sagen. Okay, wir können hier gar nichts machen, aber da ist ein Notfallhammer. Dem können wir ja ausbrechen. Yippie! Ja, ich hätte ihn jetzt gerne hier oben gehabt, aber er wollte wohl nicht. Dann ist das so. Hä? Was geht runter? Da wollen wir lang. Aber was bringt das denn, dass da Sand runterfällt? Okay, warte mal. Kann ich den vielleicht nach oben werfen und dann ganz schnell hier oben wieder aufsammeln? Was anderes fällt mir nicht ein. Schauen wir mal kurz. Kann ich hier durch? Ne, das sind Blöcke. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Achso, das ist der Ausgang, genau. Ich versuch's mal. Ich versuch's nochmal mal. Doch, es geht! Oh mein Gott, das ist aber extrem knapp beim Besten Nintendo. Nein! Na gut, das war jetzt nicht optimal, aber warte mal. Jetzt hab ich dir die Plattform schon weggekommen, jetzt komm ich ja nicht mal hoch. Aber sonst, ja, das hier ist ja eigentlich nur für Bonus, ne? Genau, das sind nur die Bonus-Sachen. Wie krieg ich denn? Jetzt weiß ich's! Was? Die Zeit geht aus! Was? Wie will ich Zeit aus denn bitte für dieses Level? Okay, ich weiß es, aber ich weiß es, ja, haben es jetzt, wir haben es jetzt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Beeilung, 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 Beeilung! Nein! Mann, ich bin's, ich bin's kaputt gegangen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Ich dachte wirklich, wir verlieren das. Alter! Let's go! First try, easy! Ich bin jetzt so smart, müsst ihr wissen. So smart. Okay, wir machen direkt weiter. Das ist krass, wenn wir in der Welt diese Folge schon wenden könnten, aber ich gank es nicht. Warum ist das Skull? Warum lebt der? Warum lebt der Totenschädel? Oh, Hilfe, der kann mich abwerfen. Hier ist irgendwas. Was ist das? Eine Pflanze, die verschreckt sich im Boden. Kann ich rüber springen? Nein, kann ich nicht. Okay. Darf ich nicht. Könnte ich vielleicht, aber ich darf nicht. Oh, schnell weg! Oh mein Gott. Das ist die richtige, richtige Among Us Trap Beat Musik irgendwie für mich. Alter, was zum Teufel? Okay, den kann man, glaube ich, nur besiegen mit einem Hammer oder so. Aber anders geht's ja nicht. Anders lässt er mich nicht. Ich kann hier noch hoch. Ich kann hier noch hoch. Mumie! Mumie kann ich mitnehmen! Bam! Geh Hammer! Runter, 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 runter. Okay. Ähm, hoch. Weiter, 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 weiter. Ja, keine Ahnung, wie würdest du das machen? Wie komme ich denn da links an den, an den Schlump dran? Dann muss ich dann nochmal meinen Hammer werfen. Das könnte, das könnte sein, dass er dann nochmal meinen Hammer werfen muss. Ja, weil ich kenne hier kurz. Aber das ist das Gute, dass die Hammer immer wieder respawnen, dass du die unendlich benutzen kannst. Das dauert halt nur ein bisschen. Ja. Jetzt ist er halt runtergefallen. Jetzt leide ich kurz. Oder ich spüre das vor, genau. Dann kommen die wieder. Das ist ein sehr, sehr Vorteil. Okay, perfekt. Nach oben. Äh. Nee. Mach ich das? Hm? Wie soll ich? Kann ich von hier aus da hinten schicken? Ja, das geht. Okay, warte. Da ist das eigentlich möglich. Ich kann doch mit dem Hammer springen, ne? Nein, kein... Oh, ich kann nicht mit dem Hammer springen. Andere Idee. Nein! Ich überlege. Würde ich das schaffen, dann rechtzeitig hier hochzukommen mit dem Hammer? Aber würde ich es ausprobieren. Ansonsten weiß ich nicht, wie man da sonst entkommen soll. Müssen wir an den Rand stellen. Schnell hoch. Aufsammeln. Nee, das geht nicht. Also den Boni kaputt zu machen, war wahrscheinlich auch nicht richtig. Aber ehrlich gesagt... Ich überlege, wie man das sonst machen will. Hm? Also irgendwas stimmt da definitiv nicht. Aber ich muss auf jeden Fall immer runter. Und den killen. Ah! Wow. Wow. Stimmt, warum gehe ich nicht einfach hier runter? Mach von hier aus das kaputt. Ah. Weil das Ding hier kaputt geht. Schade. Aber normalerweise müsste das so gehen. Schauen wir uns mal das One-Up. Das habe ich dringend nötig. Bitte nicht sterben, Mario. Geh nach oben. Mal versuchen wir es nochmal. Ich überlege gerade, wie ich das wirklich machen soll. Ich kann den Hammer, den Hammer, aber nur nach oben. Und das will ich nicht kaputt machen. Aber ich will doch irgendwie durchkommen. Geht das? Geht das? Wo ist es hin? Ah, es ist schon aufgebraucht, glaube ich. Aber das ist halt meine Idee. Einfach die ganze Zeit schnell zu werfen. Bevor er kaputt macht. Habe ich auch das Gefühl, das Spiel weiß, dass das geht. Und deshalb, ja, geht das teilweise kaputt. Okay. Wisst ihr was? Wir machen es anders. Ich gucke das gleich als letztes an. Ich mache es mal kaputt. Ich möchte gerne die Pflanzen töten. Bam. Bam. Und da unten die Wand wegmachen. Bam, bam, bam. Perfekt. Die spawnen ja immer neu, die Pflanzen. Das bringt ja gar nichts. Ach du. Meine Güte. Was habe ich denn jetzt für ein Monster erscheinen lassen? Komm mal aufschießen. Hallo? Ja. Alles klar, Spiele. Okay, 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 okay. Go, 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 go. Nicht sterben, nicht sterben, nicht... Was ist denn, was habe ich dir gesagt? Okay, diesmal werde ich nicht sterben. Diesmal nicht, diesmal nicht, diesmal nicht. Ganz sicher, ganz sicher. Ich bin mir da sehr sicher. Runterfallen lassen. Nein, nein, nein. Okay, jetzt. Nein, nein. Okay, warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Okay, 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 okay. Runterfallen lassen. Ja. Runterfallen lassen. Und jetzt? Jetzt habe ich den, jetzt habe ich ihn. Bam. Bam. und BÄÄM. Und schon rüber. So, das ist jetzt schon gut. Wir haben den Schlüssel. Wir können das damit beenden. Aber das Ding ist, wie komme ich zum Schirm? Selbst wenn ich ihn jetzt nicht einsammeln sollte, würde ich trotzdem gerne wissen, wie man da hinkommen soll. Und wie gesagt, ich habe ja nur noch eine einzige Theorie, die vorhin fast funktioniert hätte, aber nicht mehr gereicht hat am Ende. Schade. Aber da kann ich runterfallen, okay, das ist schlecht. Ja, okay, Zeit geht aus. Also falls einer von euch weiß in den Kommentaren, lasst es mich gerne wissen, denn... Ja, das ist das Erste, der Erste Gegenschein, den ich nicht einsammle in diesem Netzplay. Ich meine, ist es 100%, ist es nicht 100%. Ich meine, ich habe es versucht und man kriegt sowieso nur das One-Up Roulette am Ende. Keine Ahnung, das Spiel zählt auch nicht als 100%, es gibt keine 100%, ich spiele es einfach nur durchspielen, das war es. Aber trotzdem würde mich mal interessieren, wie man das machen soll. Na gut, spüren wir jetzt erstmal weiter. Das ist ein riesiges Gebiet hier. Können wir stehen bleiben? Nein, kann man nicht. Schaffe ich den Jump jetzt überhaupt noch bis darüber? Oder muss ich mich killen lassen? Oh mein Gott, das geht sogar noch. Ach du meine Güte. Boah, so viel auf einmal. Okay, das ist ein Hammer, Bruder. Da ist ein blöder Dude, der down gehen muss. Danke fürs Wunder, Kumpel. Was habe ich das hier? Wahrscheinlich hierfür, oder? Die Leiter fertigzustellen. Das war mir jetzt wichtiger, dass ich da nicht sterbe von. Ach komm. Na gut, aber was macht das hier? Dass ich hier hinkomme? Schatz ich? So, ja. Schalter. Okay. Ja, Spiel. Wie wäre es, wenn du mir ein paar Infos gibst, was du gerade machst? Dumme, blöde. Peja, der schmeißt ja die ganze Zeit hin. Ja, okay, warte. Ich muss auf jeden Fall hier hoch. Das habe ich verstanden. Da soll ich hoch. Da, 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 da. Okay, hier ist der Schlüssel. Der, der, bram, bram. Ähm. Hier kann ich auch bestimmt mal runter. Das Ding kennt mich auch nicht. Ja, perfekt. Ja, Aua. Jetzt ist doch die Frage. Habe ich irgendwas übersehen? Oder ist hier das Ende? Also habe ich alle Sachen? Ich gehe mal davon aus, ich habe alles. Lass mal sehen. Habe ich irgendwas übersehen? Nope. Perfekt. Okay. Gut. Ja, läuft nämlich gut. Läuft sehr, sehr gut. Ich würde sagen, da habe ich die Belohnung bekommen. Weil man die Belohnung verdient. Donkey Kong noch mal eine Eins. Eine. Pfff. Donkey Kong, die würde ich jetzt gerne auswischen. Das will ich sagen. Warum ist es hier so stackelig? Warum fallen so richtig viele Dinger vom... Oh mein Gott. Der vom Hintel. Der vom Boden. Der vom Boden wäre ein bisschen anders. Okay. Also immer wenn er stampft, fallen Sachen vom Himmel. Und die Richtung wechselt sich von den Dingern. Verstehe. Okay. 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 Aber hier stehen bleiben. Schnell hoch. 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 Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Die Animation. Der wollte direkt gerade noch stampfen. Und dann habe ich ihn nochmal aufgehalten. Tja. Nur Donkey Kong kann sowas. Das versuchst du erst gar nicht. Oh Gott. Was ist denn jetzt? Ein Pyramide? Aber doch nicht in Sarasa Land, oder? Das ist glaube ich eher ein anderes Anteil. Aua. Aua. Vergehen. Mit dem Schädel gegen die Decke, ey. Mann. Sei das. Ja, mein Score war jetzt nicht so hoch, aber... Wir haben noch eine ganze Welt vor uns. Da kann noch so einiges passieren. Ich finde es übrigens schade, dass man hier so eine Overworld zwar hat, aber man... Ich kann mich hier nicht wegbewegen. Ich bin hier stuck in diesem Level. Ich kann hier nach vorne, ich kann hier nicht zurück. Das finde ich halt schade. Das verstehe ich nicht so genau. Einfach verstehe ich nicht so genau, warum das so ist. Wozu dann überhaupt die Map? Wisst ihr, was ich meine? Aber ich meine, okay, sieht schön aus. Hat was. Schätze ich. Kann ich da nicht einfach... ...dorin gehen machen? Ja, kann nicht. Man muss ja nicht an der Pfaffung drauf stehen bleiben. Man muss ja einfach nur... ...in Grab-Reichweite sein. Schade. Stell dich vor, das wäre genauso wie ein Superbarbus 2, wenn ich... ...mit einem Gegner 2 kille, dass dann so ein Herz kommt oder so. Das wäre lustig, aber das ist nicht so. Aber wäre lustig. Ein Hammer? Das ist schon ein Hammer hier. Das verwirrt mich gerade übelst. Okay, ah, ich verstehe. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Ich verstehe es, ja. Ja, so. Aber da muss ich von oben aus rüberrennen, runterklettern, Ding aufheben und dann ist es dann vorbei. Ja, das ist genug Zeit für. Da müsste genug Zeit für sein. Und go. Okay, nicer Backwards-Jump. Runter, fallen. Yes. Alter, ich hab's drauf. Okay, es war auch ein kleines, kurzes Level, aber dennoch. Ami. Ne? 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 Dann muss ich jetzt noch mehr Skip beweisen in 5, 6. Donkey Kong Jr.? Was soll der denn hier? Was? Was ist das bei Geräusche? Können die mich sehen? Sind das die Mäuse? Ja, das sind die Mäuse. Diese Mausviecher, die rennen. Ich kann die killen. Und ich werde es auch tun. Bam, 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 bam. Was? Ich kann Feuer nicht killen mit dem Hammer? Okay. Na wohl, doch. Wie darf es funktionieren? Klar wird es funktionieren. Real life mit dem Hammer auf Feuer draufzuschlagen. Eigentlich müsste das doch klappen. Naja. Vielleicht geht das ja auch und ich habe es einfach nur im schlechten Timing gemacht mit der Flamme. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht geht. Andererseits, ich will es jetzt ausprobieren. Alter. Alter. Nee, geht nicht. Hey, hey, du da. Psst. Hey. Sorry, ich muss die hin umbringen. Er hat nicht geliked, müsste ich verstehen. Ah, doch, man kann die killen? Was? Okay, da ist das Timing auch nur echt komisch. Hey, Judah, du tanzende Affe. Denkst du kannst mich abhalten, zum Ziel zu gelangen? Na, das denkt er wirklich, ne? Okay, warte mal. Nehmer den Hammer mit. Mach mal die Maus da weg. Ach so, ach so, ach so. Letzte Schlüssel. Ja. Du, du. Was? Du, du, du. Du, du. Ja, dachtest du, du könntest mich aufhalten, Kumpel, aber leider geht das nicht. So, und du hattest nicht geschafft, das mich aufzuhalten. Da habe ich wieder gegen deinen Dad kämpfen. Ich hoffe, du bist stolz auf dich. 2 Ups. 26 Marius. Ein Felt. Ah, ne, es kommt noch nicht der Post. Es kommt noch ein Level. Okay. Hab mich vertan. Oh, da sind Kanonen. Was sind die für welche? Höh? Ist das wie Muscheln oder so? So laufende Muscheln mit Augen. Oder sehe ich nur Dinge? Was habe ich gestern Abend nur genommen? Na ja, ist jetzt auch nicht so richtig. Also, da darf ich nicht stehen bleiben. Geben wir mal. Ja, das ist ein bisschen doof. Aber eine Plattform wäre nicht schlecht. Okay, die können mich nicht killen. Das ist eine sehr gute Info. Nicht hier stehen bleiben? Scheinbar ja. Perfekt. Ich bin einfach Skla-Kla. Wie komme ich denn da lang? Höh? Schlüssel? Okay. Also, da unten bei den Kanonen ist ja das Ziel. Warte, kann ich das irgendwie unten reinschmeißen oder so? Ah, verstehe. Okay. Also, ich muss als erstes... Ja, verschwinde, Kumpel, bitte. Ding. Ja, okay. Also, ich muss hier runter, ohne von diesen Kanonen getroffen zu werden. Mit dem Hammer alles frei machen. Alles frei hämmern. Höh? Perfekt. Das reicht schon. So, und jetzt eigentlich die Schüsse nehmen, nach unten krabbeln und dann haben wir's. Ja, das müsste es gewesen sein. Also, wie in jeder Folge gesagt, dieses Spiel ist in zwei Hälften aufgeteilt. Die eine Hälfte sind lange Level, wo du sehr viel nachdenken musst, sehr viel Try and Error und dann gibt's diese Level. First Try. Also, es ist wirklich Mischmasch. Du würdest denken, diese schweren Level wären nur am Ende des Spiels, aber nein, die sind wirklich überall. Es ist wirklich ein kompletter Mischmasch. Das heißt, jede Folge ist genauso interessant wie die letzte. Ah. Darf wir mal doch bestimmt noch mal zurückgehen, die anderen schauen, oder? Okay, ich, 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 ja, da wird schon auf. Ist mir leid. Komm. Machen wir den Donkey Kong fertig. Erst der Grund, warum ich das hier überhaupt machen musste, ja. Wow. Oh, das sieht cool aus. Was muss ich denn hier machen? Oh, no. Oh, ich muss nach oben klettern, ganz schnell. Das ist einfach, das ist einfach, ja, das ist einfach Donkey Kong Arcade. Vom Gameplay her. Oh. Falsch. Okay, 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 rüber. Dun, 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 dun. Ja, das Spiel, das habe ich auch als Musik gemacht. Danke. Okay, das war cool. Das sieht ja vor allem cool aus mit dieser Brickwall. Und dann diese ägyptischen Symbole. Ich glaube, das ist einfach eine Kriegekacke. Keine Ahnung. Sieht trotzdem cool aus. Ja, was machst du jetzt gegen die Mumien, hä? Oh, was war eh gegen die Mumien. Bäm. Dieser Move, den kann er eigentlich nicht, oder? So einen Brückwirt-Jump und dann einfach vorne schmeißen? Weiß es nicht. Habe ich es schon mal probiert? Nee. Vielleicht kann er das doch. Vielleicht kann er das doch. Und wisst ihr was? Wisst ihr, was ich noch kann? Ich kann die Welt in dieser Folge abschließen. Ja, ja. Das kann ich. Und das werde ich euch jetzt beweisen. Dass man immer den Affen hintern sehen muss. Das ist aber geil. Was machst du? Ah, andere Richtung. Okay, warte. Die lassen wir erstmal so auf Standard. Da oben will mich was killen. Zwei Sachen, die mich killen wollen. Und da ist die Tasche. Verstehe. Die Tasche hole ich mir direkt. Dann haben wir alles. Badabadam-Bam. Wow. Da kam was runter. Ich habe es gar nicht gemerkt. Oh Gott. Easy. Oder? Habe ich nicht einfach schon gewonnen? Nee. Oh. Was? Ich kann direkt drücken. Da kann ich sehen, welchen Level ich bin. Neu. Warte mal. Nee. Nee, das war falsch. Warte mal. Geh mal komplett außen rum. Wie komme ich? Warte, warte. Der obere Schalter. Hat der nicht das Tor aufgemacht? Ah. Schade. Aber ich glaube, so ist es. Ich sammle erst mal alle Sachen ein. Einfach, weil ich es kann. Und weil ich ein paar One-Ups bauen kann. Ich sag, das hier macht auf. Äh, also. Jetzt macht es auf. Genau. Genau. Es macht die Dinger auf. Das hier. Ah, dafür ist... Ah, okay. Das ist dafür zuständig. Ich verstehe. Das bedeutet... Was? Das geht nicht nach oben mit? Der Schlüssel? Na, jetzt habe ich mich wieder... Ja, komm, schmeiß weg. Den habe ich jetzt nicht mehr. Ne, dann muss ich das anders machen. Warte mal. Lass mich mal überlegen. Also, der Schlüssel ist wieder hier. Was ist, wenn ich einfach mitnehme? Einfach nach oben mit dem rumgehe? Ist das einfacher? Und wie werde ich dann mit dem nach oben gehen? Oh, weiter geht nicht. Komm mal runter. Danke. Das ist zu hoch, ehrlich. Okay. Du fällst runter. Perfekt. Jetzt springe ich hier rüber. Schalter. Das macht einen Weg. Ja. Das macht Sinn. Okay. Dann schnell rüber. Und den Schlüssel wieder mitnehmen. Dann haben wir es doch. Weil... Warte. Links geht es doch nach unten. Dieser Fahrschule, was das ist. Nein, geht der nicht. Fällt der noch ganz unten? Der fällt einfach durch. Der fällt einfach durch. Okay, ich verstehe es. Ich verstehe es jetzt. Das ist echt schimpflich. Das muss er jetzt mal herausfinden. Also, der Schalter muss aktiviert werden, weil das muss ja links nach unten gehen. Ja. Okay, warte. Der muss auch aktiviert werden. Sonst kommen wir nämlich hier nicht dran. Der muss auf... Genau. Einfach alle aktivieren, glaube ich, oder? Ich glaube, ich habe sogar wirklich alle aktiviert. Ja. Und der Rest... Wüsste ja. Den wüsste er ja jetzt. Da brauche ich noch den Weg nach oben. Äh, ja, brauche ich. Okay. Ich schmeiße noch kurz weg. Mach das wieder auf. Sogar gut, dass der jetzt... Ach, der kann einfach durch... Okay, der kann einfach durch die Wand. Alles klar. Danke, Spiel. Ist ja nett von dir, dass der sowas kann, aber ich nicht. Danke, Spiel. Nimm mit. Hä? Huh? Was ist gerade passiert? Äh, egal. Äh, egal. Äh, nimm mit, nimm mit. Danke. Jetzt haben wir es. Komm, 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 komm. Ich mag diese Banner im Hintergrund. Ich weiß noch nicht, ob da wirklich was draufsteht in irgendeiner Sprache. Ich glaube, das ist einfach nur gepixeltes. Ich glaube, das ist nichts, oder? Trotzdem sieht es cool aus. Okay. Nein, nein. Das war falsch. Warum war es falsch? Weil ich erstmal den Schalter da rechts aktiviert hätte müssen. Hätte... Oh Gott, ich habe alles neu machen. Mein Fehler war, dass ich den Schalter da nicht aktiviert habe. Der muss... Der muss nämlich nochmal aktiv... Hey. Der muss nochmal aktiviert werden. Ich schlage das für euch, aber ich zeige euch halt, was ich meine. Also, ich nehme den mit. Dass er halt zumindest mal draußen ist. Warte. Dann kletter ich hier halt hier hoch. So. Mach den Schalter. Weil sonst komme ich nämlich gar nicht ans Ziel. Und jetzt mache ich alles so wie gewohnt. Das wollte ich halt damit sagen. Ja, okay. Das mache ich eben schnell. Müsst ihr nicht sehen. Aber wo sehen? Falls ihr sehen wollt, wie es hier weitergeht in dem Spiel. Dann schaut doch in der nächsten Folge wieder vorbei. Ja, ich wollte eigentlich die ganze Welt in dieser Folge abschließen. Aber hat nicht mehr gereicht. Wenn ich jetzt weitermachen würde, wenn wir hier bei der halben Stunde sitzen. Und ich muss ja immer dreckig auf jede einzelne Folge 20 Minuten so machen. Damit ich schön die Views bekomme. Genieß den Amorgo Streamings hier. -end- Bis zum nächsten Mal.